hallo und herzlich willkommen zum ersten 3getter auf diesem kanal 3 sim 3 sim 3 sim 3 sim ja mit dabei hört man schon den philip im hintergrund hallo und auf der linken seite was schwachsinn ist weil er nicht neben uns sitzt ist der jonas aka mr lp peanut glaube ich im norden ja er liegt nördlich von uns also links von mir gerade wenn du so sitzt dann ja links von dir jetzt könnt ihr sehen ihr euch ausdenken wo in welche richtung er gerade schaut das ist egal ich glaube ich mache mal spiel starten es ist übrigens eine besonders große ehre mr peanut heute begrüßen zu dürfen einen zu großen und erfolgreichen let's player vielen dank dass du dir die ehre erweisen ja immer wieder gerne gut bevor wir starten muss ich natürlich noch sommer writer vom spiel entfernen warum ah nein genau was mir aufgefallen ist also computer aided ist gleich lars und sommer writer ist gleich ich also also der mr lp peanut das klärt sich von selber aber wir haben es ist leicht komisch und ich überspringe gleich mal und ich mache mal spiel starten finde ich gut der letzte speicher stand der drei helden war amadeus ein zauberer vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste doch war er schlau und verständlich dann war da noch pontius der ritter furchtloser beschützer des reichs der gutes essen tränke und den kampf liebte und zu guter letzt soja eine diebin eine unternehmerin soja eine unternehmerin war geheimnisvoll und in einer dunklen nacht nur ein vorbei huschender schatten start drücken wir start ja was spielen wir eigentlich wir spielen ein zwei es gibt ein eins aber das ist aufgrund entfernter das kann man nicht über internet koop spielen und da wir doch ziemlich weit auseinander wohnen und in unserer näsigkeit kein dritter das player finden lässt er hat das gute daran ich habe ich die anderen beiden kennt das spiel ich habe keine ahnung was es für ein spiel ist ich gehe einfach mal random rein es geht ja wir wissen es gespielt so ein bisschen ja was macht man hier eigentlich das ist die frage ich kann hier irgendwelche gegenstände schaffen habe ich das gefühl dass sie das schon mal gemacht hat oder ich beleuchte hier einfach die gegend schön aufs maul aufs maul aufs maul mit rechtsklick kann ich das teil hier bewegen und euch einklemmen hier verpiss dich da hahaha ich hau ab also auf deutsch heißt es eigentlich wir haben keine ahnung von der geschichte im ersten teil und ja geh nach oben kann ich mich auch selber hochziehen nein kann ich nicht aber ihr könnt es mach mal rechtsklick ist es gut ich bin zu fett ich bin zu fett ich weiß nicht was ich tue ich hau dir erstmal das teil auf den kopf hui nein alter ich sollte vielleicht mal weiterlaufen springen weh das habe ich schon gemerkt w ist springen nicht leertaste oh da habe ich das noch ein falsch das läuft ja auch extrem flüssig finde ich bei mir hier oh ja leertaste ist auch ja ich habe 44 fps dank windows frostprozesse ich habe 20 20 ich habe 18 was geht warte mal kurz gibt es hier einen doppelsprung ich bin zu blöd so genau ich komme aber konnte bewegen sie die kürze auf den felsblock rechte maul schweben lassen au aufs maul wir lassen philip mal einfach zurück geil dass man hier die einstellung nicht im spiel ändern kann das mag ich ja super au ich habe extra eingesammelt ihr verpasst ja alle extra stell dich drauf ich habe ja auch was ich sage ich schmeiß einfach runter oder ich müsste einfach eine riesen kiste bauen nein mein quadrat ich bin zu gut oh guck mal da ist noch ein extra mein gott was ihr alles verpasst unglaublich ich will eigentlich gerade schauen was du machst weil du ja nicht aufnimmst soweit ich weiß doch ich nehme auf du nimmst auch ich nehme auf nein ich will da hoch ich will hier hoch ich will auf die schaukel ich will auf den baum wo seid ihr ich finde euch gar nicht ich will auf die schaukel du siehst da eine einblendung ob wir nach rechts oder links sind gell hey ich habe irgendwas runtergeschmissen nein nein ah fuck ja das teile was auf dem boden ist er ist wieder gefunden wuho ich bin da wie die was wo wir so was machen wir jetzt muss das bremmein ich habe das gefühl ich habe noch so aufgefüllt ist es mir doch doch wir können es bremsen du musst nicht im quadrat hey philip weg au ist nicht runtergefallen du kommst hier nicht mehr hoch warte kurz ich bin doch schon er ich bin doch der ich weiß nicht was wir genau gerade machen aber ich hab mir viele sollten dass er philip dazu bewegen das heiler das heiler weglässt nein 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 weg nicht das ist ein koop nein danke philip fast hätte ich es geschafft irgendwie egal gehen wir halt hier hoch oder wir gehen einfach da oben wir brauchen das da oben flase luftflase drei dumme ein gedanke richtig komm ich hilf dich hier hoch ja so ist es funktioniert ich gehe so lange schon ein bisschen weiter auf diesen ich bin eingeknickt hey ich will da oben hin aber ich komm da nicht hin hey du musst einfach drauf stehen bleiben und dann springen glaube ich äh ich hab's oder ich das war jetzt ziemlich grenzwert ja ne ne das war schon ganz gleich das sieht man ja auch in der aufnahme scheitert ein bisschen du stößt dich immer wieder weg hihihi alter hot the fuck wie kann man denn so liegen jetzt zeigen pss pss story story ach wer sonst der ist das schuld an allem amadeus pack deine sachen wir müssen das königreich retten oh das geht gar nicht ich habe kinder zu hause die auf mich warten ich kann nicht aber deine magie wird gebraucht das königreich ist in gefahr der alptraum jemals enden trotz seiner proteste wusste amadeus dass die helden wieder einmal gebraucht wurden wie bist du hier gelandet dann hör mal zu wir brauchen die magie kästen zu zaubern ja warum habe ich einen rosa umhang griechende ranten waren dabei die felder zu übernehmen du hast einen rosa umhang die haben einen rosa umhang ich habe feuerschwert jetzt leg mal drüber nach hast du das feuerschwert gemacht das kommt wenn man das spiel durchzockt oder sowas ich weiß also ich bin mir ziemlich sicher dass man kann man kann sich so upgrades kaufen jetzt das werden alle wissen die das spiel spielen und es ist aber nicht so als hätte ich das spiel schon durchgespielt ist es mehr so dass mein kassar das komplett durchgespielt hat und ich habe trotzdem keine ahnung von dem spiel wirklich und er hat mir wohl schon ein paar upgrades freigestaltet durchstuchte den bauern ich hab was ich hab auch was ich will da 3d ich will da nach hinten ich darf nicht wir müssen da irgendwie da oben genau ja es sind die drei muskeln einer für alle und alle für einen oh 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 stolz ja ihr seid auch hier runtergefallen Waffe wechseln STUN HAMMER das sieht gefährlich aus wie habst du den ahhh das wird dir angezeigt das könntest du lesen Jonas ist sicher einuda sonst Gibt's denn überhaupt schon Schulen? Wir sind im Ziel! Jonas, du bleibst! Mein Mausrad hängt! Muss man wieder auf die Leute da warten, das ist unglaublich. Schild ins Schwert. Boah, jetzt müssen wir hier alles kaputt machen. Da! Ihr werdet alle sterben! Unkraut! Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen... Ah, da kommt was! Der Hammer ist scheiße dafür! Ich glaub, da gibt's auch das Schwert. Du kannst ja immer noch mal rumhüpfen, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Pontius war glücklich. Yay! Schwert in der Nacht war Zoya in den Schatten geboren, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Ja, das erinnert mich doch schön an meine Dämonenjägerin in Diablo 3. Diablo 3. Ich hab Eispfeile. Habt ihr auch Eispfeile? Boah, es ist Eispfeile! Feuerpfeile! Boah, ich hab hier grad einen krass Input-Lag. Eher einen Output-Lag, aber jetzt geht's. Jetzt geht's. Ich kann euch grad nicht abschießen. Bäm! Ach, rechte Maulasse. Wuhu! Ah! Das liegt schon mal nicht so gut. Ey, das läuft mal gut. Spiderman! 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 Stimmt. Wo seid denn ihr schon wieder, ey? Ganz weit hinten. Ah, okay. Nein! Ne, da kommt man leider nicht hoch. So, weil du's nicht schaffst. Ja, und ich bin ja der Veteran. Das heißt, es kann nicht gehen. Flimmendes Licht oben an der alten Kirche. Ich will dieses scheiß Hunde abschießen, oder was auch immer das ist. Wo bin ich? Ja. Ach, ich bin da gar nicht... Wie muss ich denn da hoch? Mit W? Ah. S und D. Huiiii! Oh, oh, oh. Huiii! Huiii! Du musstest einen Schwung holen hier. Ja, kann ich hoch? Danke. Nein! Oh, fuck. Hey man, you failed. Haha. Ich wette, jetzt fall ich ganz runter, oder was? Ich glaub, da muss ich gar nicht hoch, aber ich will da hoch. Nein! Was? Nein! Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Errungenschaft freigeschaltet. Scharfem Auge. Die Geschichte beginnt. Sammler. Ich hab noch irgendwas mit scharfem Auge. Ja. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Sollen wir gehen? Hä? Joa, ich würd schon sagen, also. Die Geschichte beginnt. Oh. 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 Oh, du bist meine Dämoniressin hier. Wir haben uns das schon zugeteilt. Also, also. Kl éss spielt den fetten. Wie logisch ist. Und ich spiel die Soujat. Was? Alles ganz klar. Ok, ja. Nur weil ich Gamer bin. Was muss ich machen? Ja, gar nichts. Ist eine Cutscene. Ich wollte gerade irgendwas schießen. Da kommt der Traien. Oh yeah. Wer ist wer? Schauen wir mal, ich bin der Fette wahrscheinlich. Ja, ich bin sie, ich bin Soja, ich bin meine Dämonie. Figurwechsel, eins, zwei, drei. Nein! Hey! Jetzt bin ich der Zauberer. Nein, den, den, ah! Oh Gott, oh Gott, ich bin tot. Doch nicht. Ich hab mein Leben verloren. Du bist doch nicht rumgetrampelt. Mit Dämoniägerin, na. Geh mal zurück. Ganz zurück, wir müssen mich wiederbeleben. Wieder und zurück geht dann, um mir vorbeige... Man kann Leute wiederbeleben? Warte, ich sterbe so lange noch ein bisschen. Nein, 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 nein! Wie kann ich denn diese Affekte löschen? Egal, ich schmeiß den einfach weg. Okay, wo ist der? Da sind... ganz zum Anfang. Was müssen wir denn beim Anfang? Ja, irgendwie... Ah! Du musst mich wiederbeleben. Ach, ihr seid tot! Nein, nein, nein! Jetzt bin ich tot! Nein, nein, nein! Stopp, 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 stopp! Weiter, 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 weiter! Ich bin beim Versuch Philips wieder zum Leben gestorben. Das ist halt echt bitter. Das ist halt echt bitter. Ich hab' nicht angefangen und ist halt schon tot. Ah! Ah! Autsch, Autsch, Autsch! Ah! Ich weiß, was mir gerade auffällt. Ich hätte so rüberschweben können. Warum schreckt ihr nicht einfach da drauf? Jihuuu! Weil das nicht... Das wäre zu logisch. Autsch! Hey, Philip, geh weg! Ich muss... Oh, ihr müsst Pflanzen kaputt machen. Ah! Hier oben ist was! Haha! Hier, ein Zauberer! Komm mal her! Was? Ich nehm' mal die Pflanze da runter. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ich komm' da nicht mehr hoch! Ah, warte, ich bin ein Zauberer. Ach du... Ah, fuck! Das ist doch nicht so. Da, ich kann das holen. Nein, ich will da oben auf den Baum stammen. Ich kann nicht auf den Baum stammen! Bescheiss! Äh, bescheiss, genau. Beschiss! Kann ich den Baum stammen? Huiiii! Äh, will nicht jemand mal das da holen? Doch, mach ich klar. Kannst du Baum stammen schwingen? Will jemand den Baum stammen? Jaaa, aber nicht auf meinem Kopf. Huiiii! Was macht ihr denn? Ich glaub' da oben ist noch was. Aber der City zeigt mir 18 Minuten an. Das heißt, wir haben mindestens schon 3 Minuten gespielt. Nein, nein, nein! Der Baum stamm muss da bleiben! Nein, nein! Der Baum stamm steht! Ja, ja, ich hol schon mal die Punkte hier. So? Und mach' wahrscheinlich schon die Story wieder weiter. Ja, ich kenne. Perfekt haben wir das gemeistert. Toll! Voll das gute Team. Ich komm' hier nicht mehr raus. Heiii! Aua! Aua! Voll in die Fresse! Alter! Ey, wollen wir jetzt das Ding... Ja! Daneben! Warte ich! Ich hab' da! Da! Die Pflanze brauchen wir! Nehmen die Pflanze! Ja, ich hab' sie! Ich bin spieß! Huiii! Bingbing! Äh, wie kommt man da hoch? Haha! Hier! Du musst... Ja! Hey, da ist Wasser! Burr! Jetzt ist da kein Wasser mehr! Versteh ich's nicht! Ja, wenn da Wasser kommt, dann wächst da unten die Pflanze raus! Oh nein! Warte! Computer, ey, jetzt hat das Spiel verlassen! Hä? Ich bin noch drin! Aber ich nicht mehr! Jonas, bist du noch drin? Ich bin auch noch drin! Ich gibt's hier rum! aber was ich was fest bilge pricepare damit? Geist Tada!